Hardcore und damals hallo und herzlich willkommen ich bin Günther LP und das hier ist ein Let's Play von Minecraft und zwar in dem ultra mega super Hardcore Modus und eigentlich ist es der normale Hardcore Modus aber wen interessiert's? Ist doch alles Wayne So Letzte Folge war schon ganz schön spannend da haben wir ein paar Monster erwischt und die war in extra Länge Seid glücklich, seid glücklich Hm Boah Die Frage ist jetzt Wo war der Spalt, den wir im ersten Part gefunden haben? Und wie wäre es, wenn wir erstmal ein Feld bauen würden, weil das brauchen wir vielleicht auch noch zwischendurch mal Wo? Huuu Huuuum Verstand ich schnell ist es wieder so, dass ich nicht so, dass ich nicht so komme zum Musik und dann singe ich irgend echen Oh mein Gott, ich werde aufpassen Random Crap Ich sollte hier auch aufpassen, was ich erzähle Und ich weiß, da war Kohle Da Und die brauche ich gerade nicht Ich habe ja schon halben Zweck Ich habe schon vorgesorgt Meiner Rente So Kriegt eine Ente eigentlich auch Rente? Oh, das ist ja ein Oatslot Da-dam, da-dam, da-dam Ich weiß nicht, ob die Fleisch bringen Nein Aber Erfahrung Ja, das hier ist Minecraft Hardcore Da ist sowas legitim Da ist sowas notwendig Hey So Schweinstift Dass ich im Kreis gedreht habe So, du Schweinstift Was ich jetzt eigentlich Sehr gerne hätte, wäre eine Rüstung Ja, okay, ich habe erst drei Leder Ich habe erst drei Rüstungen Und das ist jetzt nicht so extrem Äh, Quatsch, drei Rüstungen Ja Drei Leder Und das reicht auch nicht ganz für eine Rüstung So Hier ist ein Geröll-Kack-Stift Aber ich wollte ja nicht sprinten So Hier stimmt's auch noch Weil Hühner auch ganz praktisch sind, wenn die tot sind Hühner sind natürlich nur praktisch, wenn sie tot sind Weil Äh, die lassen oft das mal Federn fallen Natürlich auch Nahrung Und das ist natürlich ganz praktisch zur Fallproduktion So Ich wäre jetzt langsam mal bereit für die erste Höhle Oder für die Hölle Darf ich natürlich sofort So Hm Okay, okay, okay Wo war denn das Ding? Vielleicht soll ich mich umbringen und zum Spawn zu kommen Dann weiß ich ja, wo die Schlucht ist Ich wiederhole zwar in Ungern, aber Wie gesagt Wenn ich sterbe Alles weg Alles weg Alles weg So Alles klar Ich bin der große Star Und der große Makka Oh Was sehen meine Adler Augen da? Äh Fliegendes Sand Fliegendes Sand Fliegendes Sand Fliegendes Sand Meint natürlich Aber das war wohl kein Miner Alter, was ist das denn für ein Abhang? Der ist ja wohl mal awesome Ach, direkt neben der fügenden Insel Mensch Oh, ein Bambus Ähm Du Ohne Scheiße Ich werde da jetzt ein Sandblock Rausschlagen Und dann wird alles runterfliegen Boah, macht euch gefasst darauf Ultra-epische Szene kommt Jetzt Jetzt Woooo Und dafür habe ich einen Kaktus bekommen Wie sieht es mit der anderen Seite aus? Ah, da ist es nicht ganz so Da lasse ich es mal sein ich wollte gar nicht und jetzt bin ich schon wieder toll du hast ja toll an die Sachen wie du sagst du hast gesagt du liebst mich so nicht geholfen so kakzee da muss ein bisschen vorsichtig sein die sollten wir nicht umarmen sowieso sollte man nichts grünes umarmen in Minecraft ob Creeper oder Kakteen oder Gras oder Büsche naja Minecraft lehrt einem gegen die Partei also gegen die grünen zu sein so na du stirbst auch noch ja Leute das Ziel geht ums nackte Überleben ach ne ich dachte das wäre ja hier eine Kuh aber eigentlich ist ein Baum ne hier war ich doch auch schon wo ist denn die Schlucht oder irgendeine andere Höhle oh 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 ja eine Spinne ok wie komm ich da runter ich hole ihn nicht einfach von hier aus dahin wird gut schon schief gehen nicht sicher ob hier eine Spinne ist nicht sicher ob ich mal die Playlist wechseln sollte mhm nein da höhlen Playlist eh alolan alolololoon overloola alololol I need not to ever stirbt Alter, scheiße, ich hab fast kein Leben mehr. Nein! Ach Gott. So. Lass mich alle in Ruhe. Ach Gott. Alter, ich hab nur fünf Leben, ey. Das Ding zieht ja 20.000 mit einem Schuss. Okay, ich seh schon, ich brauch ganz, ganz gut eine Rüstung. Hm, scheiße, immer nur drei Leder. Immer noch drei Leder. So. Ich kann ja erstmal ein bisschen was anbrennen. Alter, gestorben. Ich bin der King, ey. King lebt. Erstmal lieber noch zubauen. Zubauen, zubauen, zubauen. Okay, ich warte erstmal, bis es fertig geschmolzen ist. Also, ne? Gebraten. Ich hab hier noch zwei andere Steaksorten. Puh. Hab ich auch Nahrung fürs Erste. Muss ich mir gar kein Feld bauen. Also. Wäre wahrscheinlich aber besser, wenn ich mir irgendwann ein Feld bauen würde. Weil ich eben nicht dauerhaft von Tierfleisch leben kann. Außer ich züchte Tiere. Aber dafür brauch ich ein Feld. Aber ich... Ja, ich weiß nicht. Soll ich jetzt in die Höhle gehen, oder? Erst ein bisschen... ...eine Farm bauen. Oder ich baue eine Farm in der Höhle. Was ja mal super episch wäre. Also, ich hab schon... Ich hab da noch acht Steaks und... Oder wie heißen die? Cocked Pork Shop. Genau. Ich hab da wirklich recht viel, muss ich sagen. Ich bin ja so ein echter... Ja. Luxustyp. Richtig geil. Ah, zack. Hier. Fleisch auswechseln. Bam. So. Hier war doch noch irgendwo ein Creeper. Da ist er. Das. Ich weiß auch, dass die hier alle... ...die mehr Leben haben, die Gegner. Bam. Oder auch nicht. Wird nicht los und zwar. Ich weiß nicht, wo diese Spinne ist. Ich glaub... Weg hier. Skelette sind mir eindeutig zu stark. Ich verpiss mich jetzt hier. So. Ach komm, ich lebe mich jetzt beschlossen. So. Auf dem mehr geht natürlich immer noch ums Überleben. So. Mal schlafen. Der gezickten Waffe. Ich muss ja auch mal ne neue machen. So. Na gut, ich hab noch Steine. Ich dachte grad, ich hätt auch keine Steine mehr. Dann wär die Welt echt untergegangen. Ich tue schon mal am besten das neue Schwert ins Moment. Und so. Bevor ich dann draufschlage einmal und dann ist... Äh... ...Schwert kaputt. Da ist mir hier raus. Da ist ein Skelett. Das war ein Vollhallen. Ich hab noch ne Spinne und bei Spinnen ist das Problem. Die können überall raufklettern. Hm? Wo ist das? Ne, ich... Ne. Ich weiß nicht, wie ich da am besten reingehen soll. Irgendwas. Vielleicht... ...sollte ich mal das hier machen. Das ist nur... ...die Monster von einer Seite kommen können. Ja, und natürlich von oben. Ich höre die... ...glaube ich irgendwo von oben. Glaub ich doch was laufen sehen. Das Minecraft ist eigentlich mittlerweile ganz dunkel. Ja. Gut. Ich hab voll Schiss da unten rein zu rennen, ey. Das Eisen. Spinne! Spinne, spinne. Komm her. Komm. Ja. Taktik. Ich geh nochmal grad kurz zurück. Für die kurze Abmoderation. So. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und man sieht sich auch beim nächsten Mal, wenn es heißt... Let's play Minecraft. Hacker! Ja. Ja.